Musik Man, 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 man Ich komme auch noch klar Irgendwann habe ich schon das Richtige gedrückt So, eigentlich gehört mir ja schon fast alles hier Jetzt gucken wir mal, was ist noch bei mir in der Nähe Übrigens kann ich den ja jetzt auch befehligen Befehligen Den zu überfallen Der ist nämlich schön weit weg Um den Erzfeindauftrag des feindlichen Hauptmann zu überfallen Auftrag bestätigen Zack So, wer ist noch bei mir in der Nähe? Am nächsten ist noch der Dann holen wir uns jetzt den Jetzt wäre natürlich ein Drache geil Dann könnten wir da einfach hinfliegen Na egal, das wird auch gehen Einfach nur echt Du hast wahrscheinlich auch die Nachricht von YouTube gekriegt, ne? Die ich wieder verschickt habe Bevor ich gestreamt habe Und dann zwei von Twitch Oh nein, ich brenne Ich muss was essen Zeit zu sterben Zeit zu sterben Ist klar Den großen Mann fresse ich Wie geil ist das denn? Einfach den Kopf abgebissen Eine Patrouille in der Nähe Was sie auch sucht Sie wird uns finden Ey, nicht weggehen Nicht weggehen Bleib schön bei mir, Jung Du bist jetzt mein Diener auf Lebzeit Da ist er Stets auf der Hut Das wird ihm da jetzt nichts nützen Das wird ihm da jetzt nicht weggehen Wie zieht sich zurück? Das gibt's hier nicht. Ey, nein! Och Mann, ey! Das meine ich! Dann rennt der wieder auf irgendeine Scheißhütte. So eine verfickte Scheiße hier. Und jetzt ist er weg! Jetzt ist er weg! Verfickte Scheiße, Mann! Nur weil der auf so eine Kackhütte gerannt ist, anstatt dem hinterher zu gehen. Das ist so eine Fickscheiße. Jetzt ist er da hinten am Arsch der Welt! Und da krieg ich so'n Hals, Mann! Ich hol mir jetzt den. Solange ich hier den fetten hab, hol ich mir den großen. Da rennt er schon wieder auf diese Scheißhütte drauf. Und da geht's mir von der Hölle. throughout das, was er war. Oh Mann! Weiter geht's here! think about! F veo. Hey, come! Hey! Oh Mann! Hey! 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 Was ist das? Was ist das? Was macht richtig Bock mit dem riesen Vieh hier rum zu rennen? Macht so lange Bock, bis wieder die Steuerung versagt und wieder irgendein Scheiß passiert Da hinten ist er Ach, da ist noch ein großer Du bist ein leckerer Happen Zu klein für ein ganzes Mahl, aber Interessanter kleiner Biss Meine Delikatesse Meine Delikatesse Was ist da jetzt gerade passiert? Ja, zieht sich wieder zurück, ist klar Die ziehen sich alle irgendwie zurück, ne? Ne, du entkommst mir diesmal nicht Freundchen Dann mach ich den lieber platt Rekrutieren kann ich ihn eh nicht mit Level 21 Jetzt ist er platt Wo ist das? Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Mann, 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 Mann. Schade, dass mein Riese jetzt platt ist. Hat echt Bock gemacht. Naja, gut, aber wenigstens ist er jetzt platt. Ja, bald haben die Häuptlinge hier vorne keinen mehr, ne? Gehören bald alle mir. So, der ist direkt bei mir um die Ecke. Markieren. Zack. Im Inventar noch einen schönen Bogen. Oh, Stufe 20. So, dann holen wir uns den mal. Indem du seinen Schildträger tötest. Okay. Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. Ich bin in der abgene. Ich bin in der Abge. So, dann holen wir uns den mal. Okay. Und was ist das? Wie viele Schildträger hat der denn? Wie viele Schildträger haben? 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 Was ist das für mich? Die Gefolgsleucher einiger Hauptmänner tragen Kriegsbanner in der Schlacht, Kriegsbanner inspirieren Orks in der Nähe und sorgen dafür, dass Orks aggressiver werden. Oh! Okay, ein Verräter. Auch gut. Oh! 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 Is das gemacht! Oh! Yeah! Oh! 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 Oh man. Oh man. Ja, das merke ich leider auch gerade. 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 Du tötest mich einfach? Jetzt ist der Weggerannt, dieser Feigling. Und es kommen immer mehr neue Feinde. Ich fass das nicht. Mach diese Scheiß-Dingen kaputt da. Den Scheiß-Banner. Ey, jetzt komm ich da nicht raus, Mann! Boah, jetzt geh doch da hoch, Mann! Ey, das ist so zum Kotzen, Mann! Dann drückst du die ganze Zeit B, damit dieser Scheiß-Kreis voll wird und dann kommt auf einmal X! Und dann bist du natürlich immer noch B am Drauf-Hämmern! Boah, ey, Fick-Scheiße ist das manchmal! Echt! Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos! Und das ist alles kostenlos!